Liebe CrossFit Typing Community, willkommen zur Homeworkout Woche 8. Im Mobilisierungsaktivierungsteil habt ihr wieder zwei Runden und zwar habt ihr fünf Air Hang Squat Cleans, ihr habt zwölf Plank to Push Ups und 20 Sekunden Side Plank Hold pro Seite. Im Strength Teil, das ist der Vorbereitungsteil für das Workout, haben wir wieder ein schönes Ramp Up, das Ganze als Every Minute on the Minute 8. In Minute Nummer 1 habt ihr drei Dumbbell Hang Squat Cleans pro Seite und Push Presses. In Nummer 2, also in Minute Nummer 2 habt ihr fünf bis zehn Burpees. Dann im Workout Teil habt ihr wieder Intervalle und zwar arbeiten wir drei Minuten on, zwei Minuten off. Im ersten Intervall habt ihr ein M-Wrap aus dem One Arm Dumbbell Hang Clusters, da sind es acht pro Seite plus 16 Sit Ups, das ist ein M-Wrap. Dann habt ihr die zwei Minuten Pause. Im Intervall Nummer 2 haben wir 16 Burpees über die Dumbbell und acht Dumbbell Push Press pro Seite. dann habt ihr die drei Minuten Pause. Im nächsten Mal. Säge auf den nächsten Mal. Absatz go! Absatz Jungs Absatz Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Das Ganze könnt ihr auch vor unseren Türen und Toren bei uns hier im Outdoor-Gym ausführen, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns und freuen uns auf eure Resultate und Kommentare.